Willkommen in Irland. Wir starten unseren Urlaub im Counting Donegal. Unsere erste Unterkunft ist ziemlich speziell, denn wir sind in einem Leuchtturmwärterhaus und ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mal mit rein. An meine Haaren könnt ihr sehen, es windet nämlich wie verrückt, deswegen kommt mal rein. Erstmal die Tür zu. Das war schwierig, weil der Wind so rein pusht. So, jetzt ist mein erstes Mal hier drin und dann zeige ich euch gleich mal unser Schlafzimmer. Und es ist total süß und urig, also man sieht es schon an der Bettwäsche. Die versuchen das Mobiliar hier alles so zu halten, wie es tatsächlich auch früher war. Also mit Sicherheit sind die jetzt nicht mehr von 1830, wo der Leuchtturm tatsächlich entstanden sein soll. Sondern sie versuchen halt mit dem Geld, was sie einnehmen, durch diese Foundation glaube ich, wie sie das Ganze hier vermieten, die Sachen zu erhalten, zu restaurieren und so weiter. Also es fließt alles wieder zurück, was ihr hier quasi mit reingebt. Und das finde ich, das ist eine wahnsinnig gute Sache. Und es ist, wir finden es einfach total süß. Also man kann sich schon irgendwie vorstellen, wir gehen gleich mal rüber ins Wohn- und Aufenthaltszimmer, dass ja, diese ganzen Sargen in Irland wahr sind mit so kleinen Kobolden und so weiter. Also kommt mal mit. Ach übrigens, wir haben hier voll den krassen Ausblick, aber ich glaube, das blendet euch Toni gleich nochmal ein. Ich habe ein Schnittbild davon, ja, das blendet euch. Sehr. So. Ja, und hier ist glaube ich mein Highlight des ganzen kleinen Häuschens. Also der Kamin da drüben ist halt ein Traum. Gerade abends kannst du dir dann schön Feuerholz irgendwie da reinlegen. Und das ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre dann mit den alten Sesseln, mit den alten Sofas. Und es sind so viele kleine Details. Also wenn man auch so dieses kleine Regal da drüben anguckt, da sind irgendwelche alten Karten von dem Leuchtturm drin. So süß. Und auch die Bilder hier sind ja fast schon antik, ne? Und jetzt hört man es ja zum Beispiel in der Küche. Und ich glaube, so das erste Mal, als ich rein kam, dachte ich auch so, ja krass, okay, es riecht schon so ein bisschen modrig. Oder irgendwie so, ja, nach alten, feuchten Steinen. Aber ist ja logisch, ne? Ist von 1830. Also da darf man dann auch mal die Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Aber ich glaube genau, das macht ja das Feeling irgendwie so aus, ne? Und du kannst ja halt zu viert super gut essen. Du hast auch alle modernen Regeln. Du hast sogar eine Spülmaschine, einen Toaster, eine Mikrowelle. Also ist top ausgestattet. Kühlschrank natürlich auch. Und da hinten ist noch so ein Utility Room. Haben sie geschrieben. Also da kannst du dann deinen Müll reinmachen und keine Ahnung was. Ähm, genau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal ein Stückchen weiter. Wichtig vielleicht auch in einem Utility Raum gibt es ja eine Zentralheizung, die man heimen kann. Weil ansonsten wäre es hier drinnen arschkalt, weil das bisschen Kamin, glaubt mir, das heizt nicht so sehr auf. Ne, das stimmt. Das habe ich auch irgendwie anders erwartet. Ich meine, ich habe keine Erfahrung mit Kamin irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das hattest auch nicht so richtig, ne? Aber ich dachte, es wird wärmer. So, genau. Dann haben wir hier nochmal ein zweites Schlafzimmer quasi. Da wollen wir jetzt aber nicht reingehen. Aber es ist super halt für vier Personen, ne? Also da könnt ihr dann, ja, euch ganz gut auch nur mit Geld einteilen. Klar, ist jetzt nicht das Allergünstigste. Wir stehen so ein bisschen, wenn ihr uns vielleicht schon kennt, auf so außergewöhnliche Unterkünfte. Jetzt stehe ich hier voll im Dunkeln, ne? Sorry. Du kannst noch ein Stück ins Bad rein. Ähm, genau. Aber ich glaube, dann ist das preislich total machbar. Ich glaube, wir blenden es euch dann eh nochmal ein, was es kostet. Oder ihr lest es irgendwie im Blog nach. Ja, und dann stehen wir jetzt auch schon in einem weiteren Highlight, finde ich, im Bad. Also allein diese freistehende Badewanne ist schon voll schön irgendwie. Wir haben sie jetzt leider nicht genutzt. Aber ich glaube, das lohnt sich definitiv, wenn man da so ein schönes Schaumbad einlässt. Ja, wir haben drin geduscht, immerhin. Ja, immerhin. Immerhin. Also es gibt eine Dusche, aber wir haben sie nicht verstanden, muss man fairerweise dazu sagen. Ja, und ich würde sagen, das war unser Leuchtturmwärterhaus. Und ja, wir starten dann den nächsten Trip tatsächlich Richtung Sleeve League, also Richtung Klippen im Norden. Da geht es aber erst morgen früh hin. Genau. Und deswegen werden wir uns morgen vom Wild Atlantic Way melden. Ja. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ja, guten Morgen vom Wild Atlantic Way. Auf dem sind wir heute, aber nicht nur heute, sondern eigentlich fast die ganze Reise unterwegs. Und Endziel ist heute Sleeve League. Aber wir dachten uns, wenn es jetzt schon so schön ist, dann halten wir doch einfach immer dort, wo es uns gerade irgendwie gut gefällt. Und das haben wir jetzt auch gerade gemacht. Und zwar sind wir auf so einem wahnsinnig süßen kleinen Aussichtspunkt. Und da fiel gerade die Sonne so wahnsinnig schön aufs Meer. Und das sieht ganz, ganz magisch aus. Und das blenden wir euch jetzt auch gleich mal ein und geht's weiter. Und ich bin ganz gespannt, wie die Klippen dann nachher aussehen. Wir fahren ja gerade von Kilibergs jetzt Richtung Norden und haben gesehen, dass es mitten in der Ortschaft runter ging, quasi nochmal zu einer Küstenstraße. Also wir blenden euch das am besten ein, weil, ehrlicherweise kann ich es nicht aussprechen. Ganz komischer Name irgendwie. Aber die Straße ist unfassbar. Also die Landschaft hier, man fährt direkt an den Klippen entlang. Die Landschaft, Wahnsinn, echt. Das ist so schön. Und das war total lustig, weil gerade kam noch ein heißer Bus. Also sind wir offensichtlich schon an relativ bekannten Spots. Die waren irgendwie aus dem Südosten Irlands, oder? Ich glaube aus dem Südosten. Irgendwie so. Und total herzlich kommen auch sofort her, geben dir die Hand und sind super süß. Also wir haben jetzt gleich 20 neue Freunde irgendwie gemacht. Total süß. Aber ja, genießt einfach selber mal die Landschaft, weil... What? Das ist so cool. Ja, wir sind jetzt nach einer wunderschönen Fahrt ins Sleeve League angekommen. Und Sleeve League sind einfach extrem hohe Klippen. Und zwar über 600 Meter sogar. Und aktuell sitzen wir auch direkt auf Sleeve League. Die seht ihr hinter mir. Und versuchen jetzt hier noch ein kleines Stück weiter auf die Klippe hoch zu kommen. Da hat man nämlich eine wunderschöne Aussicht. Ansonsten gibt es hier noch ganz, ganz viele Schafe, die auch frei grasen. Also da kommt ihr auf jeden Fall sehr nah ran. Und so einen ganz süßen kleinen Wagen mit Tee, Kaffee oben. Was vielleicht noch ganz gut ist zu wissen, wenn ihr hier herfahrt, dann müsst ihr normalerweise nach oben fahren. Und dann habt ihr aber noch einen zwei Kilometer langen Fußmarsch vor euch. Also ja, nur dass ihr das vorher schon mal wisst. Und ganz spannend zu wissen ist auch, hinter den Klippen ist so eine kleine Kapelle. Und anscheinend ist es hier auch ein sehr magischer Ort. Und es gab auch schon Pilgerreisen früher bis 1900. Da sind einige Leute den kompletten Weg hier hoch gewandert. Nennt sich auch den Pilgrimspass. Fanden wir auf jeden Fall ganz spannend. Und ja, wollten euch auch mal ein, zwei Informationen zu geben. Und ja, jetzt blenden wir euch noch ein paar schöne Schnittbilder ein. Und dann geht es für uns wieder zurück. Und jetzt reden wir auf den Tee und den Auf motherfuckern und den Aufmerksamkeit. Und das war ja auch das Team. Und die Leute mit dem, die Leute mit denen er mich aufhört, und den Leute mit denen er mich aufhört. Und die Leute mit denen er mich aufhört, und die Leute mit denen er mich aufhört. Ich habe schon gedacht, wir haben es geschafft. Bin ich. Muss ich jetzt. Jetzt musst du aufpassen, dass ich sie wieder rein. Eben. Soll ich sie wegscheuchen? Komm ich hier. Mach Hepper und die Hände. So, das war's für heute. Ich finde, wir haben heute unfassbar viel gesehen. Dafür, dass das jetzt eigentlich auch nur, ich glaube, 30, 40 Minuten oder so von unserem Quartier weg war. Also richtig krass. Ja, wir machen uns nachher noch ein Feuerchen an im Kamin. Und jetzt schauen wir noch den Sonnenuntergang an. Denn ich glaube, der wird richtig schön. Ich werde dich gerne wieder aufpassen. Ich werde dich gerne wieder aufpassen. Ja, mir geht's an einem Tag. Ich werde dich gerne wieder aufpassen. Ich arbeite diese Geschichte. Ich werde mich aufpassen. Bitte gerne duch. Ich werde dich obsessed. Nh純. Das ist ja ein Fahrghip상을 salute. So, kleines Update, wir sind noch nicht schlafen, wir haben jetzt gerade gegessen, machen jetzt den Kamin an und weil das das beruhigendste der Welt ist, nehmen wir euch kurz mit, wie man den Kamin anmacht. Also, wir machen jetzt ein kleines bisschen Holz, hier ist schon ein bisschen Anzünder dran. Und jetzt machen wir das Holz an und dann kommt noch, korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, aber ich glaube, das ist Torf, also geformter Torf, mit dem wird, glaube ich, ganz viel in Irland geheizt. So, jetzt geht's.